herzlich willkommen im oktober es wird langsam kalt draußen und wir alle sehnen uns nach vor allen dingen einem mehr entspannung und ruhe und doTERRA hat auch hier ein richtig richtig tolles paket für euch bereitgestellt und zwar das autumn cozy kit das wirklich genau dafür gedacht ist dass du besser runterkommen und entspannen darfst was das genau bedeutet welche produkte hier dabei sind das zeige ich dir jetzt so schön dass du heute hier bist mein name ist anja ich bin spezialistin für ätherische öle und wellnessberaterin für die wundervollen doTERRA öle und ich freue mich jetzt richtig mit euch einmal gemeinsam auf das gemütliche herbst kit von doTERRA zu gucken das erste öl das wir in diesem kit haben ist glaube ich eins mit dem wir alle gerechnet haben und zwar das klassische lavendel und lavendel ist für alle die die das noch nicht so gut kennen so das klassische beruhigungs und entspannungsöl ich habe früher immer gedacht klassisches lavendel ich glaube das gefällt mir nicht so gut das riecht doch bestimmt so ein bisschen ja nach oma sagt man ja auch immer so ganz gerne aber das lavendel von doTERRA ist irgendwie einfach noch mal anders ich habe ganz oft schon gehört dass es ja irgendwie gar nicht so riecht wie viele andere lavendel und das liegt einfach daran dass es das 100 prozent reine pure und eben nicht das synthetische lavendel ist und die wirkung ist einfach ein traum du kannst du hier zum beispiel einfach einen tropfen von dem lavendelöl in deine handflächen geben und diesen dann verreiben und wann immer du das gefühl hast du brauchst ein bisschen ruhe entspannung und ja einen kleinen unterstützer der dich runterholen darf ein traum kannst du das einfach richtig schön inhalieren indem du das vor mund und nase hält und einfach ein paar wundervolle atemzüge nimmst dabei ist es auch ganz gut so eine kleine entspannungsübung gleich mitzumachen das muss nicht gleich zehn minuten sein das kann auch wirklich eine minute sein und auch das du wirst merken das bringt dich innerhalb von sekunden komplett runter und hilft dir einfach zu dir zu kommen zur entspannung zu kommen für mich ist das das absolute must have öl immer wieder zwischendurch und spätestens dann wenn ich meine kinder ins bett gebracht habe und natürlich auch für die kids zum schlafen und auch für mich zum schlafen um mir das dann zu nehmen und wirklich in den abende reinkommen zu dürfen und dass ich darunter kommen kann die reste kannst du jetzt auch gut in den nacken reiben an das herz reiben das öl ist natürlich auch toll geeignet um allgemein ist auf dem körper aufzutragen als massage öl für die badewanne für die dusche und und vieles weiteres man nennt lavendel öl ja eh auch das taschenmesser unter dem schweißetaschenmesser unter den öl das ist unglaublich viel zeit gerade jetzt auch in der erkältungssaison aber wenn es gerade ums thema beruhigung entspannung geht dann ist lavendel einfach ein traum das zweite öl das wir dabei haben ist das copaiba und copaiba ist ein super unterstützer für deine nerven und hilft dir wirklich zu entspannen runter zu kommen es hat ähnliche anteile wie das cbd öl kannst du dir jetzt vielleicht ungefähr vorstellen wie dich das unterstützen kann ich liebe das persönlich das innerlich einzunehmen nimm es dafür einfach wirklich direkt unter die zunge dafür meistens einen bis maximal drei tropfen und jetzt beim reingeben merke ich schon direkt wie sich hier alles entspannt und runter fährt und ja mich da einfach wirklich direkt ein bisschen ja lockerer in das ganze reingehen lässt copaiba kannst du auch toll in den diffusor geben es ist ein holz aus brasilianischen copaiba vom brasilianischen copaiba baum das hat das harz natürlich logischerweise und von diesem holz harz das hat eben ganz ganz tolle eigenschaften zur entspannung beruhigung bei stress kannst du das toll verwenden und ja eben um auch runter zu kommen und für die nerven generell und ich gebe das auch wie gesagt gerne in den diffusor rein wenn du das direkt aus der flasche riechst das riecht sehr sehr holzig auch wenn du es unter die zunge nimmst es gibt auch fertige kapseln davon auch diese könnte man theoretisch verwenden aber gerade für innen diffusor ist es einfach ganz ganz toll denn da riechst du das eigentlich kaum oder ich finde man man riecht gar nicht aber man spürt die wirkung sehr sehr deutlich auch um sich dem körper damit einzucremen oder um das ja die fußsohlen zu reiben wirklich körperlich aufzutragen auch wieder eine massage öl oder ähnlichen es ist ein ganz tolles öl das nächste öl das dabei ist ist das adaptive allerdings in der touch version ich liebe das gerade für unterwegs ist das auch wieder ein traum das ist eine mischung aus lavendel kuba aber auch orange neroli und ein paar weiteren schönen ölchen die dich auch eben unterstützen wirklich runter zu kommen und entspannen adaptive heißt ja auch annehmen und darf dich auch unterstützen bei ja jetzt wieder zum beispiel der wechsel von sommer auf herbst es wird dunkler ist ja man man ist vielleicht nicht mehr so gut gelaunt und da darf man eben auch ja das ganze annehmen dass es jetzt so ist und das hilft uns eben dabei das öl ganz gut und auch vielleicht mit gewissen anderen situationen besser klar zu kommen es ist ein sehr emotionales öl aber auch gerade für die körperlichen themen ist auch die beruhigende mischung genannt wirklich runter zu kommen zu entspannen und wenn du das als roller nimmst kannst du das eben toll auf die pulspunkte auftragen und auch gerade für unterwegs so einen kleinen ruhepul für unterwegs dabei zu haben das letzte produkt das ist ganz ganz neu auf dem deutschen markt deswegen habe ich es auch noch gar nicht hier aber ich muss es euch unbedingt vorstellen und ich kann schon gar nicht erwarten meine bestellung ist schon raus und ich freue mich riesig wenn ich es euch bald hier in der hand zeigen kann das ist das neue valerian serenity der serenity valerian stick und das ist quasi unsere beliebte serenity mischung auch die beruhigende entspannende mischung die schlaffördernde mischung genannt denn die ist wirklich dafür da um unseren schlaf zu unterstützen und wirklich runter zu holen dass wir besser ein und vielleicht auch durchschlafen können und hilft uns hier uns ganz toll zu unterstützen das serenity ist eine mischung aus den ätherischen ölen lavendel zedernholz sandelholz römische kamille ist hier drin ylang ylang und ich finde gerade auch diese kombination ganz besonders toll eben abends in den diffusor rein oder eben um es oberflächlich noch mal aufzutragen und einschlafen zu können und um das oberflächlich aufzutragen ist der neue valerian stick ebenso das tolle denn hier ist zusätzlich noch baldrian mit drinnen und diese kombination die hilft uns ganz besonders gut wenn wir viel mit gedanken karussell zu tun haben abends schlecht einschlafen runter kommen können und diesen stick kannst du eben ganz wundervoll eben oberflächlich auf die pulspunkte an die fußsohlen in den nacken dahin wo es für dich angenehm ist auftragen und du merkst schon direkt wie es dich abholen kann dieses tolle öl und mit dem baldrian jetzt zusammen in der kombi noch intensiver dieses kit ist ein zeitlich begrenztes angebot das heißt es gibt es wirklich nur jetzt im oktober und auch nur solange der vorrat reicht wenn wir ganz viel glück haben gibt es vielleicht sogar im november auch noch mal was wir allerdings jetzt noch nicht sagen können ich kann nur raten nicht abwarten gleich zuschlagen denn solche dinge sind ganz oft auch schnell vergriffen weil so viele schon auf das neue serenity valerian gewartet haben und jetzt auch noch in dieser tollen kombination wenn du noch gar keine öle zu hause hast dich das interessiert und du denkst ach das kit hört sich ja genau perfekt an für mich um jetzt mal den start zu wagen dann schreibe mir vorher auf jeden fall denn ich habe noch ein spezial angebot für dich wie du dieses kit zu minus 25 prozent bekommen kannst und zusätzlich definitiv das wild orange gratis mit dazu bekommst und falls du noch ein paar mehr öle möchtest sogar noch das balance on top mit dazu bekommst und die möglichkeit auf das adaptive pur ebenfalls noch hast das heißt schreib mir hier unten über den link direkt eine nachricht und dann kann ich mit dir das zusammen machen das heißt du bekommst die produkte für minus 25 prozent rabatt bekommst zusätzlich noch das wild orange gratis das ist übrigens das öl der fülle das macht richtig tolle gute laune gute energie und gleichzeitig darf es uns auch wieder entspannen und runter kommen ist also die ideale kombi für die öle die in dem set mit dabei sind und dann genau geht das auch super einfach und du hast zusätzlich mich als deine beraterin an deiner seite und ich kann dir auch zeigen was du dann mit den ölen machst und wie das am leichtesten funktioniert also schreibt mir jetzt unbedingt das war es auch mit dem heutigen video wenn dir dieses video gefallen hat dann zeigen wir das doch mal in form von einem daumen und dann freue ich mich wenn wir uns nächste woche bei meinem nächsten video wiedersehen das heißt abonniere meinen kanal falls du das noch nicht gemacht hast aktiviere auch die benachrichtigungsglocke dass du kein video verpasst und wenn du noch mehr tipps rund ums das thema ätherische öle erfahren willst dann schau auch mal auf meinen anderen seiten vorbei wie meinem instagram account und auf meiner homepage ich mache wöchentliche workshops da kannst du auch mal live mit dabei sein bei unterschiedlichsten themen und einmal im monat gibt es auch immer eine kostenlose test woche für alle die die noch gar keine erfahrung mit ätherischen ölen haben also ich freue mich wenn du wieder einschaltest und bis dahin mach's gut es 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 Bis zum nächsten Mal.